. . . . . . . Komm, wir basteln gerade was Schönes. Schneller! Wir wollen nämlich heute das ganze Dorf einladen. Am 18.12. ist der Wubi-Zaklila, der wunderliche Winterzauber Kliemannsland. Also ein kleiner Weihnachtsmarkt hier auf diesem Grundstück. Ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen und könnt euch im Internet auf kliemannsland.de dafür anmelden, indem ihr euch einen Bürgerausweis erstellt. Den bringt ihr dann einfach mit. Und diese Eintrittskarten bringen wir jetzt den ganzen lieben Kollegen hier aus Rüspel. Wubi-Zaklila Weihnachtsmarkt. 11 bis 23 Uhr ist das. Genau, die kannst du alle schon mal einpacken, die sind schon so warm. Wir werden den ersten Batch mal eben wegbringen. Pass auf, ich habe mir auch ein Gefährt überlegt, damit ich die Hände frei habe. Damit ich vernünftig einladen kann. Warte, warte, warte. Hier, pass auf, die nehmen wir nach. Steckst du hier irgendwo rein. Ja, mach doch hier hinten, da in die Bänder. In die Bänder, einen hinten, einen vorne. Ja. So. Und einen vorne rein. Jetzt wird es feierlich. Ob die sich immer schon freuen, wenn die unser Elektromobil hören? Die wissen immer, da passieren nur noch gute Sachen. Bist du bereit? Ja. Lass das Dorf einladen. Ja. Du musst ein bisschen weiter auf der linken Seite fahren, sonst drift ich hier ab. Aber da kommen Autos. Ja, fahren wir vorsichtig dran vorbei. Geiler so! Boah! Weihnachtsmarkt im Kliemannsland! Wir wollen euch zum Weihnachtsmarkt einladen! Hoffentlich sind das die, die uns schon kennen. Oder die haben uns schon gesehen, haben keinen Bock auf uns. Pass auf, wir packen es hier rein, die wissen schon Bescheid. Ja, glaube ich auch. Nächster. Weihnachtsmarkt! Wubi-Zaklila klingelt! Hoffentlich sind die jetzt auch da. Alle Bürger aus dem Kliemannsland erwartet nämlich auch noch eine kleine Überraschung an der Tür. Wir haben nämlich für jeden noch einen kleinen Goodie. Also neben leckeren Sachen und so. Es gibt ein Wubi-Zaklila-Video auch. Auf kliemannsland.de gibt es die softe Version und bei YouTube gibt es die harte Version. Hallo! Hallo! Wir haben hier eine Einladungskarte zu unserem Weihnachtsmarkt. Für die ganze Familie. Da vorne direkt, ne? Wissen Sie wo, ne? Ja, natürlich wissen Sie wo! Ja, kommen Sie gerne vorbei, bringen Sie Ihre Enkel mit und Tochter, Sohn, was auch immer. Alle mitbringen. Das Ding hat eine Macke! Alles gut, alles gut, nichts passiert. Ich habe rückwärts gemacht, auf einmal gibt das Ding Vollgas nach vorne und ich konnte auch nicht mehr bremsen. Schön nochmal die ganze Deko umgerissen. Ich habe den besten Eindruck hinterlassen, den man hinterlassen kann. Scheiße! Ah! Wo fährst du denn auch immer hin? Da ist ein Auto! Ja, es ist wichtig, dass wir in der Mitte von der Straße bleiben. Okay. Dafür werden die schon Verständnis haben. Was hast du gemacht? Das geht, das geht, das geht. Ich weiß nicht, was er gedrückt hat. Geht mal Gas! Geht nicht! Er hat es irgendwie geschafft, dass es nicht mehr fahren will. Oh Mann! Bleibt mal stehen mit der Karre. Wir kippen die auf rechts. Stimmt ja nicht! Oh, da kommt ein Auto! Meinst du, der hält an? Wir haben ein Problem mit unserem Chopper! Unser Chopper ist zusammengebrochen. Wollt ihr dafür zum Weihnachtsmarkt kommen? Oh, pass auf! Das ist eine viel bessere! Wir halten einfach die Straße an! Dann kommen immer mehr! Wuvica Klila, 18.12. Ihr seid herzlich eingeladen! Falls ihr Kinder habt, worauf euer Auto schließen lässt. Ja! Und Kinder hier weiter auch! Gerne mitbringen alle! Ja! Ja! Tschüss, wir verteilen einfach direkt hier! Das sieht auch viel besser aus! Das ist echt die viel bessere Taktik! Hallo! Sie sind herzlich eingeladen zum Wuvica Klila im Weihnachtsmarkt hier vorne, 18.12. Ja, das ist Ihre persönliche Einladung! Ich bin nämlich die Oma von den Jungen! Ah! Das ist die Oma von dem Werkzeug! Ja, gerne alle mitbringen! Ja, gerne alle mitbringen! Wir freuen uns! Tschüss! Ja, Wuvica Klila, Weihnachtsmarkt, 18.12. Wir wollen euch dich eilen zum Weihnachtsmarkt! Wuvica Klila, hier vorne! Mit Hund, Kind, Freundin, mit allen! Ja, ich komme mit allen! Geil! Okay, geil! Tschüss! Guck mal! So läuft das! Die Taktik ist viel besser! Guck mal, ist die Karre kaputt gegangen! Das ist ja viel geiler! Ja, Wuvica Klila, wir freuen uns! Ja, nach Hause schieben jetzt, oder was? Ja, das Ding ist halt blockiert! Ich habe es gerade gelöst, aber... von der Straße runter. Wir sehen uns auf Pupi Klila!